Hallo und herzlich willkommen zurück. Wir sind alle sehr gespannt, was uns Dexter jetzt zu sagen hat. Äh, Dexter? Fragen wir doch mal. Ja, was willst du? Wissler meinte, du wüsstest etwas über das, was in der verlassenen Mine vor sich geht. Wissler? Er hat dich zu mir geschickt? Ja, er wollte mir nichts verraten. Er meinte, du wüsstest besser bescheiden. So, so, meinte er das. Vielleicht tue ich das tatsächlich. Aber umsonst ist nichts, mein Freund. Ich soll also etwas für dich erledigen. Was? Kluge Sköpfchen. Du kennst auch diesen Freak namens Martin aus dem alten Lager, oder? Äh, ja? Ach, dieser kleine... Ja, ich kenne ihn. Wie dem auch sei. Er ist mir eben über den Weg gelaufen. Wenn er hier unterwegs ist, hat das selten was Gutes zu bedeuten, wenn du verstehst. Aber ich habe ihn nicht erwischt. Leider. Ah, ja. Und was soll ich jetzt machen? Na, finde den kleinen Bastard. Sollte ihn jemand aus dem Sektenlager oder einen aus dem neuen Lager zuerst finden, gibt das garantiert Ärger. Glaub mir, ich weiß, wovon ich rede. Na gut. Soll ich ihn umnieten? Mach mit ihm, was du willst. Hauptsache, er geht hier keinen auf den Nerven. Ja, okay. Äh. Wo soll der Kerl denn sein? Hm, du findest ihn hier irgendwo. Weit kann er nicht sein. Und, äh, mach am besten keinen zu großen Bogen irgendwelche Tiere, wenn du ihn finden willst. Okay. Und wenn ich ihn gefunden habe? Dann komm einfach nochmal her. Ich jedenfalls halte mein Versprechen. Na gut. Also gut. Ich mache mich auf den Weg. Gut. Aber sieh dich vor. Ja. Okay. Sehr schöne Ansprache. Oh, guck mal, Pilze. Warum soll ich die überhaupt ein? Manchmal leise liegen, manchmal soll ich sie ein. Ich hoffe, ich kann mich damit abfinden. Und ich, ja, ich nehme hier, wie ihr schon seht, nicht alle Kräuter mit. Das habe ich damals bei Gothic 1 und Gothic 2 im Let's Play immer gemacht. Aber mittlerweile denke ich, dass das so doch etwas viel wäre. So, dann suchen wir doch mal Möd. Es gibt hier Viecher. Ja, okay. Töten wir einfach alle Viecher, die in der Nähe sind. Vielleicht finden wir da Möd. Vielleicht wurde er gefressen oder so. Komm schon. Danke. Ich mag Warane nicht. Die können so gut ausweichen. Autsch. Weil sie machen gar nicht so viel Schaden, wenn ich diese coole Rüstung ertrage. So. Weg mit dir. Erledigt. Und die Warane geben genauso viel Erfahrung wie die Eidechsen. Aber die Eidechsen sind solche wie Minifiecher. Ich glaube, die wollten eigentlich irgendwie den Eidechsen ein bisschen weniger Erfahrungspunkte geben. Oder die ein bisschen weniger geben lassen. Aber irgendwie haben sie ihnen doch sehr viel Erfahrungspunkte gegeben dafür, dass sie so Minifiecher sind wie Fleischschwanzen. Und praktisch auch genauso wenig können. So. Also, ich habe hier immer noch keinen Möd gesehen. Aber ich habe hier schon einige Viecher gemeuchelt und ich blute schon. Na super. Gibt es hier denn noch irgendwas? Ne. Hm. Hier ist was. Hier ist eine Höhle. Und oh mein Gott. Tatsächlich. Da ist sie. Oh nein. Sehe ich das, was ihr seht? Ein Tagebuch? Na, das ist interessant. Ich speichere lieber mal. Aber seht ihr das? Das gefällt mir überhaupt nicht. Nein. Mit... Mit dem Schaf. Oh sch. Verrate mich bitte nicht. Bitte. Ich mache alles, was du willst. Nur berate mich nicht. Alter. Hm. Ich will mal nicht so sein. Ab mit dir ins alte Lager. Und lass dich hier nie wieder sehen. Danke. Danke. Ich bin schon weg. Lass mich vorbei. Ja. Hier hat es Schwefelklumpen. Okay. Die nehmen wir mal mit. Ich habe keine... Ach doch. Die brauchen wir tatsächlich später sogar. Die sollte ich nicht verkaufen. Die brauchen wir für eine Quest. Die werde ich behalten. Diese Schwefelklumpen. Und das Schaf hier nehme ich jetzt mal nicht mit. Das ist für die Quest überhaupt nicht essentiell notwendig. Ich kann es einfach hier lassen. Ich brauche nur die anderen Schafe. Diese Schafe, die das Möd gerade vergewaltigen wollte. Das muss ich nicht mitnehmen. Das überlasse ich jetzt mal seinem Schicksal. Vielleicht, ja, wenn, dann hole ich es später zusätzlich oder so. So, jetzt haben wir ein Möd schon gefunden. Aber ich mache trotzdem noch alle Viecher hier auf dem Weg platt. Und hole mir noch dieses komische... Aua. Aua. Oh mein Gott. Was war das denn jetzt? Kam die denn plötzlich her? Die springen einfach nur links, rechts. Ich weiß nicht, was sie tun sollen. Ich hole mir noch dieses komische Versteck da, das hier irgendwo bei dem Wasserfall sein sollte. Jetzt nehmen wir einfach mal eine Mollerats aus. Und diese Heilkräuter nehmen wir auch gleich mit. So, das wären jetzt logisch schon alle Viecher hier in der Nähe vom Sumpflager. Hätten wir hier erstmal richtig aufgeräumt. Und wir haben fast kein Leben mehr. Na toll. Muss ich mich hier noch eilen, oder was? Ach, das Tagebuch wollte ich lesen. Momentchen mal. Lesen wir kurz mal das Tagebuch. Wo ist das denn? Hier bei... Ja, bei Schriften. Ein leicht abbegriffenes Tagebuch. Es ist... Es kann noch nicht lange hier liegen. Da es vollkommen unbeschädigt ist. Es gehört einem gewissen Anamoth. Donnerstag. Als ich heute vor meiner Hütte saß und das Meer beobachtete, sah ich wieder ein Schiff da draußen. Dieser armen Teufel segelt immer sehr nah an der Barriere vorbei. Irgendwann wird es so einen Unglück geben. Das spüre ich. Ob sie Interesse an der alten Piratenhöhle hier in der Bucht haben? Aber was sollten sie dazu suchen haben? Ich werde heute noch in Hürde zum Strand gehen und einen Blick in die Höhle werfen. Vielleicht werde ich dann finden, was sie suchen. Obwohl ich dort nichts weiter als Müll und verorderte Weinlager erwarte. Freitag. Meine kleine Expedition in die Höhle war erfolglos. Zu gefährlich. Ich widme mich lieber wieder um eine Arbeit und werde heute nochmal die umliegenden Höhlen nach Ingredienzien durchsuchen. Ja. Also hier ist eine Aufgabe. Ein Unbekannter. Wir sollen zu der alten Piratenbucht darunter, da wo damals der Fremde gemacht wurde. Suche nach Nerd. Ach ja, den muss ich noch abgeben. Und hier hat es Kohlebrocken. Die sind genauso wie diese Schwefebrocken wichtig für eine Quest. Deshalb werde ich die auch nicht verkaufen. Ich hoffe, das passiert mir nicht auch so sehen. Aber ich gehe davon aus, dass mir das nicht passiert. So, und jetzt suchen wir noch dieses tolle Versteck hier unten irgendwo. Und können wir eigentlich das in Sumpflager? Moment, da steht jemand. Mit dem rede ich jetzt mal. Der Kerl will doch sicher mir irgendwas sagen, so wie er da steht. Das sieht aus wie Angar. Ich glaube, da wurde einfach Angar eingefügt. Vielleicht ist es ja sogar Angar. Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, in welcher Zeit das spielt. Aber Fist, Dexter und Möd und sie sind auch da. Na gut, dann lasse ich das mal lieber, ne? Dann gehe ich lieber zu diesem Versteck. Und ich sehe es schon. Oh Gott, da geht es ja auch rein. Hoch. Wie springt man? Ah ja, so schwimmt man. Hier geht es auch hoch, rein, rauf, was weiß ich. Und was erwartet mich hier? Dahinten muss ich auch noch, wenn da schon was ist. Aber ist hier vielleicht schon diese Stelle, die ich suche? Hier noch nicht. Was war das, so eine Truhe oder was? Er hatte irgendwie irgendwelche Sachen. Na Moment, da komme ich ja wieder an die Oberfläche. Da will ich ja gar nicht hin. Wieder genau ins Gegenteil, nämlich zu diesem Versteck. Total geheim, nicht wahr? Da sieht es ziemlich deutlich, dass man hier gut hin kann. Und das, das... Ne, da ist mir ein Leiter weggeschwimmt worden. Ah, da hinten. Da hinten ist tatsächlich eine Truhe. Das muss die Truhe sein. Der ganze restliche hier auch Holzkram, der kann da liegen bleiben, der bringt mir überhaupt nichts. Aber diese Truhe muss es sein. Kiste. Ich weiß jetzt nicht, ob ich hier diese Kiste knacken kann. Ich probiere es mal. Links. Scheiße. Rechts. Okay. Rechts, links. Nein, bricht alles ab. Rechts, links, links. Fick dich doch. Rechts, links, links, links. Na, das war's schon. Und das für so ein Schrott. Und dafür habe ich jetzt meine ganzen Litre hier verbraucht. Ja, super. Nein, das hier ist also nicht das Geheimversteck. Und ich sehe es jetzt von hier aus nicht. Vielleicht muss ich ja doch da hoch. Und es wird schon dunkel, oder wie sehe ich das? Momentchen mal, wo ist es denn? Oh Gott, schon fast sieben. Wo kann das Geheim... Da vorne, ich sehe es. Ups, Flatsch. Ja, sehr toll. Das sieht so elegant aus, wie er einfach ins Wasser fällt. Ja, das ist nur ein normaler Wasserfall. Nein, hier ist die Truhe da hinten. Ich habe sie gerade noch ablegt. Und ja, die muss ich jetzt natürlich einsammeln. Ja, geil. Das dürfte es also sein. So, Kiste. Was hast du denn für mich? Niederschrift 2, Niederschrift 1 und das Geheimnis der Schreine. Boah, das lese ich mir durch, sobald ich wieder oben bin. Ja, jetzt gehen wir aber erstmal wieder zurück. Also, nicht vergessen, zwei Bücher für mich. Und mit Dexter wollte ich eigentlich auch noch in diesem Part reden und die Quest damit abschließen. Aber, äh, die Zeit wird jetzt schon wieder etwas knapp. Es ist schon... Oh Gott. Es läuft... Der Part läuft jetzt schon über 9 Minuten. Äh, fast 9 Minuten, meine ich. Hallo, Typ! Alter, das Spiel ist doch ein bisschen verbuggt, ey. Ja, super. Jetzt sehe ich auch noch nichts. Ja, das ist ja toll. Ja, was soll ich denn jetzt machen? Ach, okay. Ein bisschen rumtricksen, dann geht das wieder. Na gut, dann würde ich sagen, ich laufe jetzt einfach zurück zu Dexter und merke mir, beim nächsten Part lese ich kurz diese Niederschriften und rede mit Dexter. Und dann werde ich noch die Schafe wegbringen. Ich hoffe, das passt alles in einem Part. Dann. Und, äh, ja, dann keine Ahnung. Danach geht's wohl weiter. Dann muss ich wohl bald echt zur verlassenen Linie und dieses Geheimnis lösen. Und mal sehen, was ich von diesem Schäfer bekomme, wenn ich seine Schafe zurückbringe. Da bin ich auch mal gespannt. Übrigens, ich weiß nicht, ob ich das so weitermachen werde mit diesen 10 Minuten Parts, wo ich dann immer High und Tschüss sage. Oder ob ich die dann einfach so schneide und eben länger aufnehme. Das werde ich mal schauen. Das ist nämlich jetzt gerade etwas... Also, ab und zu ist es etwas stressig, das die ganze Zeit auf die Art und Weise zu machen. Ja, jetzt nehmen wir einfach hier noch alles mit auf dem Weg zu Dexter. Und ich lese dann mal kurz die Überschriften von den Niederschriften durch. Und ich muss hier noch die Schafe einsammeln, ne? Das darf ich auch nicht vergessen. Ein Schaf ist bei Dexter, ein Schaf ist ein bisschen weiter hinten beim Wald und ein Schaf ist auf dem Weg zurück zum Schäfer. Das sind dann drei Schafe. Ich glaube, die reichen schon. Muss ich dann nochmal schauen. So, hier, schauen wir mal kurz. Tagebuch habe ich schon gelesen. Zettel. Eine Nachricht an einem gewissen Beri. Oh, nee, freue mich. Ein Liftoe über dieses Papier, aber auch gut lesbar. Ja, das kenne ich schon. Das Geheimnis der Schreine, ein uraltes Buch. Anscheinend berichtet das von einem magischen Schrein, von dem der tote Wanderer gesprochen hat. Niederschrift 1, eine Niederschrift des Wanderers. Es geht um seine Suche nach dem magischen Schrein und Niederschrift 2, dasselbe. Hm, da bin ich ja mal gespannt, aber leider müssen wir das auf den nächsten Part verschieben. In diesen Parts passiert irgendwie recht wenig, fällt mir auf. Also, zehn Minuten gehen in diesem Spiel eindeutig viel zu schnell um. Ist ja grässlich. Aber, naja. Damit verabschiede ich mich jetzt auch schon wieder von euch. Und beim nächsten Mal kommen die Niederschriften, das Gespräch mit Dexter und dieses Scharf-Quest. Und dann gehe ich erstmal pennen, weil es ist mittlerweile schon recht spät und ich will jetzt nicht mehr viel an diesem Tag machen. Also, mal schauen, wie es weitergeht. Also, ich sag schon mal bis zum nächsten Mal und ja, macht's gut. Ciao.